Willkommen zu einer XXL-Folge von Minecraft Wolf. Mit dabei sind zwölf YouTuber und zwar ChaosFlow44, Easy Cheesy, Kian, Sue, Tops, Elina, Gambo, Tridan, Lukas, Sandy und Reiny. Also eine ganze Menge. Tops. Engel, Gänse, Braten. Tops. Warum singst du? Bist du auch Wolf? Hä? Bist du auch Wolf? Ich bin, ähm, weiß ich nicht, wo sehe ich das? Achso, da steht das. Wie, wo sehe ich das? Ja, ich bin auch scharf, ja. Ein bisschen ruhig, wenn kaum Leute da sind, ne? Ja, man hört dann nichts, ne? Wenn man weiter auseinander packt, das Schwerfett, Tops. Ja, aber ich brauche das, weil ich das nicht angreife. Leute, was ist hier los? Easy. Wartet ihr euch um ein Schwert? Warte, bist du auch Wolf? Was? Du bist Wolf? Ja, du auch. Nein, ich bin kein Wolf, lass mich in Ruhe. Ryan, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich klatsch dich weg, ich klatsch dich weg. Nein, 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 ich brauche ein Schwert, ich brauche ein Schwert. Nein, hier ist kein Schwert. Nein, warte, ich bin kein Wolf, ich bin kein Wolf, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Ich hole mir jetzt den Schwert. Okay, was ist das? Der Schwarzmarkhändler, wo ist der? Boah, ich habe 100 Wolfmarken gefunden, ich habe keine Ahnung, wo der ist, Ryan. Hier, guck mal, ich habe ein Geschenk. Aber ich vertraue dir nicht, geh weg von mir. Aber ich habe ein Geschenk. Hier ist ein Schwert. Ich habe ein Schwert. Hier zeigt mir, dass du... Wie soll ich dir das zeigen? Das ist doch billig. Das aber mehr hatte ich nicht, Mann. Indem du stirbst und dann sehe ich, dass ich schuldig bin. Was, nein? Nein, nein, nein. Warte mal, vielleicht hat der Wolf was gemacht. Es gibt so Fähigkeiten. Nein, du hast gesagt, dass er Wolf ist. Was? Nein, habe ich nicht. Doch hast du gesagt? Ich habe es auf Aufnahme. Hä? Das stimmt gar nicht. Ja, meint. Kannst du uns beschützen? For Ryan? Hä? Hä? Ich beschütze dich, Sandy. Kein Problem. Erzählt sich anders aus jetzt. Ich wurde getauscht. Mit wem? Was machst du denn hier? Mit Sandy, glaube ich. Erzählt sich anders aus. Wie ist das denn passiert? Aber es ist bisher noch niemand gestorben, oder? Wo ist Flo? Flo? Nee, keiner, glaube ich, ist jetzt. Da ist Flo. Ich habe ein Event-Starter. Hier, Bild, mach du das. Hä? Es wird geschossen, Schley! Der wird geschossen! Wer schießt denn hier? Schau, er lässt sich werden, Flo. Starte, lässt sich werden. Frauen und Kinder zuerst! Was? Schwarzmacken. Was? Okay, okay. Ey, Ryan. Ryan. Was? Ryan, hier, nimm das Diaschwert. Ich habe auch schon eins. Danke, ich habe die jetzt an eins gesucht. Ich habe geschossen. Ich habe geschossen. Hier ist Stu, ich habe die Rollstrahl für dich. Gambo hat geschossen. Nein, Flo. Gambo ist eine Poster. Ich habe die Waffe weg. Hallo. 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 Ich habe nur gesagt, ich packe mal lieber die Waffe weg, weil das stand gerade einzeln weglegen. Kauft die Waffe weg. Nein, tobst du. Danke dir. Juhu, ich kann mir was kaufen. Wo kommst du denn her? Ich wollte die Kiste da holen. Okay, ich gehe weg, ich gehe weg. Leute, ich muss mal ganz kurz ein paar Sachen loot. Oh, hier ist der schwarze Martecken da. Hat der was cooles? Ach, hier kann man die Waffe kaufen, aber ich habe gar keine Rubine, ich muss mal mehr looten. Und wo habe ich das jetzt her? Naja. Was? Oh, der ist despawned. Okay, wir müssen mal gucken. Ich habe gar keinen Loot. Ich bin nur vorbereitet. Ich finde auch gar keine Rubine. Wo gehe ich Rubine her? Ist der mal gestorben? Nee, ich glaube nicht. Ey, sind ja nur schlechte Sachen in der Kiste. Warte, man kann sich doch Rubine kaufen, oder? Fünf Emeralds. Na gut, okay. Der Händler ist eh weg. Das bringt mir gar nichts. Oh, Tops-Fluch hätte ich gerne. Das kostet 30 Rubine. Okay, ich glaube, ich gehe mal die anderen wieder suchen, bevor ich hier gleich sterbe. Da hinten ist Tops. Gambo? Ja. Hast du geschossen? Nee, das war Elina. Okay, war dein Schwert. Was hast du denn für ein Schwert? Was ist das denn? Hilfe, Hilfe. Meine Steuerung ist anders. Oh nein. Es ist W, A, ist D, alles umgekehrt. Wer von euch will den Red Red Schwert? Oh, das nehme ich. Perfekt. Hallo. FN-Stotter. Rabatt! 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 Schuppingtime! Schlag zu! 50% auf alles! Jo! Ich habe gar kein Geld. Ich habe das Fluch geholt. Ich auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Drei. Eins, zwei, drei. Ich habe Totems. Ich habe Totems. Hey! Ich will auch ein Totem. Oh, Unboxing. Also Totems. Totems hier in Wolf sind wie so eine Lootbox. Ah, das klingt klar. Darf ich das mal aktivieren? Ja, ja, mach mal. Ich gucke mir das mal an. Jo! Was? Was ist das denn? Weißt du was? Flo, weil du mir das gegeben hast, kriegst du das natürlich auch wieder. Komm. Oh mein Gott. Was? Wie groß das ist? Wie groß das ist? Das ist... Oh! Ey, was ist da? Ich gebe dir dafür das hier. Oh, okay, danke. Du bist ein guter Freund. Oh! Alter, was für eine Kiste. Jetzt habe ich nochmal ein Netherite-Schwert. Diaboots. Das ist richtig nice. Ist wir gestorben? Oh nein, wieder Chaos. Ich kann das nicht. Leute, Chaos ist richtig nervig, dass die Steuerung vertauscht. Dann ist einfach links ist rechts, rechts ist links, hinten ist vorne. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Ich bin hier im Challenge. Oh, Alter, wie cool! Cool! Oh, Alter, wie cool! Elina, wo bist du? Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Ryan, gib mir ein Gold oder ich töte dich. Oh, okay, ganz ruhig, hier. Gib Gold. Wow, 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 wow. Sandy macht das. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hat er dir jetzt Gold gegeben oder nicht? Warte, warte, lebe noch mal. Eins. Jungs, ich habe eine Uzi, habe ich eine Uzi. Hey, Gold, was hat sie gesagt? Hä? Hey! Wo ist die denn? Wo ist die denn? Oh, noch Spaß. Die Waffe testen? Du bist auch nochmal korrekt, wenn du es jetzt sagst. Wir testen, wie viel er mit Schwert macht, war der? Hä? Oha! Hä? Loot, 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 loot! Ich kann's hier revive? Stimmt, Loot! Boom! Oh, alles schon weg! Ey, mach Blut, die Leute! Oh, ich hasse euch wirklich! Ihr so ehrenwillig! Wer hat mich denn oben gebrannt? Wer hat mich denn oben gebrannt? Wow, wow! Loot! Sandy! Er hat ja gar nichts. Natürlich! Er hat ja gar nichts, man hat ja gar nichts. Er hat ja einfach acht Schwerter mit der Taga. Ich bin geblendet! Er hat aber nur Schwertergas. Ich bin geblendet! Meine Hose tut weh! Was? Wow, wow, wow! Wer hat gerade mein Bruder gekäst? Easy war das! Warum machst du mein Bruder gekäst? Ich war's nicht! Sehr gut! Wie sehr gut? Das war mein Bodyguard! Was? Mit Sandy Wolfe ist da passiert nix! Stimmt! Und Sandy hat mich schon zweimal geschlagen! Die wollte mich schon ein paar Mal töten! Ja, Mann! Sandy hat mich eben auch schon verfolgt! Ja, die meinte, gib mir halt ein Gold, weil ich hau dich weg! Ich hab dich verfolgt! Ich hab dich verfolgt! Ich hab dich verfolgt! Was ist das? Was ist mehr Loot? Mehr Loot! Mehr Loot! Yo! Yo! Loot, Loot! Ich kenn nen Secret! Ach, nur Secrets haben mehr Loot? Ich dachte alles! Tops, kennst du nen Secret? Nee, ich kenn mich grad nicht aus! Ich kenn nicht mehr Spanisch! Me gusta! Äh, gracias! Weiß ich nicht, ob das richtig ist! Ich hab was gelernt! Ich hab's gelernt! Ouro-Français, le pate rouge, le croissant! Was? Das war kein Spanisch! Ja, äh... Sowas in der Richtung! Französisch oder so! Ja, ja! Ja! Flo? Hallo? Sandy ist unsichtbar und verfolgt mich! Nein, die war grad sichtbar hinter dir! Hä? Ich seh sie nicht! Bist du sicher, dass es Sandy war? Ich seh sie auch nicht! Sandy weiß nicht, wie man sich unsichtbar macht! Also, das finde ich jetzt so! Also, Sandy ist net und sonstiges, aber ich weiß nicht, ob die das machen! Gambo! Ich muss dir was zeigen! Hier vorne! In der dunklen Ecke! Nein, äh... Ne! Ne, ich komme mit! Pack die Waffe weg! Ne, auf gar keinen Fall kommt! Hey, hey, nicht schießen! Hey, 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 hey! Gambo, Gambo, Gambo! Du bist jetzt alleine! Gib mir dein Gold! Auf gar keinen Fall! Hallo? Ich geb dir kein... Der haut ab! Hilfe! Es ist keiner, um dich zu retten! Okay, ich hör auf, ich hör auf! Gambo, warte, warte! Oh nein, wie der vertauscht! Gambo, hier, 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 hier! Gambo! Hey, ich kann nichts nicht droppen! Ich will dir die Waffe droppen, es geht... Hä? Hallo? Könnt ihr mich sehen? Hallo? Was? Könnt ihr mich sehen? Was ist jetzt schon wieder passiert? Ich verstehe gar nichts! Hey! Mir wurde gesagt, dass Sandy oder Gambo ein Wolf sein soll! Echt? Das hat mir der Wolfssucher gesagt! Sandy, vertraue dir nicht! Ich hab doch gar nichts gemacht! Ich glaub, Sandy ist es dann! Ich vertraue dir nicht, Sandy! Ich auch gerne! Excuse me, ich hab überhaupt nichts gemacht! Trotzdem vertraue ich dir nicht! Hey! Hallo! Du hast aber ein schönes Gesicht! Willst du einen Bauschgaffer verkaufen? Wer ist jetzt der Wolf? Wer lebt denn alles noch? Sandy ist safe, Wolf! Sandy! Was? Was? Bist du Wolf? Sehr verdächtig! Nein! Jetzt lass mich doch mal in Ruhe! Ist ja schlimm! Sicher? Wer hat mich behauen? Komm, sie schreit! Sie ist aggressiv! Sie ist Wolf! Boah, die ist ne Leiche! Ich hab die einmal geschlagen! Sie ist ne Leiche! Also wenn du mich schlägst, dann schlage ich zurück! Ich weiß nicht von wem! Wer ist die Leiche? Keine Ahnung! Gambo war da und er lebt wieder! Gambo wurde aber wiederbelebt gerade! Okay! Ah, hier sind alle! Das ist ne Kiste, die hole ich mir! Das ist ne Kiste, die hole ich mir! Oh nein! Nein, nein! Oh nein, aber warte, hier kommt man gleich hoch! Zack! Nein, 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 nein! Nein! Ich schaff das nicht! Tja! Meine Kiste! Nein, Run! Bitte! Ich hab schon den Loot! Wie hast du das so hoch geschafft? Hier, hier! Guck mal! Hier musst du Jump'n'Run machen! Hier drauf! Okay! Das ist natürlich auch einfacher! Du findest die Kiste nicht, oder? Ach so! Ich dachte, du meinst! Oh! Hä? Wo gehst du hin? Ach so, ich dachte, du meinst hier auf dem Holz! Wo ist die denn? Ja, hier unten! Ach da! Oh Gott! Ich hab fast im Fallschrank gestorben! Hallo? Hallo? Alter, krasser Schwert! Hallo? Ja, das hab ich jedenfalls! Das ist im Busch! Jo, ich hab dir eine Perle! Hä? Geil, das ist ja echt! Von einer Ender-Perle! Hat einer eine Ender-Perle für mich? Ich verkauf dir eine! Oh! Hä? Oh, das würd ich auch sagen! Oh mein Gott! Hey, hey! Hä? Irgendwie hat auf Gambo geschossen! Oh nein, 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 nein! Oh mein Gott! Oh, oh! Hallo? Ich seh nicht mehr! Ich mach doch! Ich mach doch doch! Ich mach doch weniger Topfluch! Einen entfernten Schrei! Irgendwo ist sogar gestorben! Alter, was ist das für ein Flamingo? Irgendwie kann ich fliegen, aber ich weiß nicht wie. Ich lebe wieder! Geht doppelt Leertaste? Ich bin mir zu 50% sehr sicher, dass Sandy ist. Ich glaube auch. Ich bin sicher, dass es Sandy ist. Er hat heimlich trainiert oder so. Wollen wir Sandy einfach weghauen? Ich wurde geflasht und dann wurde ich einfach niedergeprügelt. Irgendwie passiert nichts in der Runde. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Sandy ist. Die ist ja nicht so eine Minecraft-Expertin. Immer wenn Sandy Wolf ist, passiert die ganze Runde nichts. Es passiert wirklich nichts. Ryan, bist du Wolf? Nein, ich bin kein Wolf. Hast du gerade geschossen? Nee, wann? Wann Prank? Ich bin Wolf. Oh mein Gott. Ich bin keiner. Sicher? Aber du hattest Angst. Das heißt, du bist keiner. Okay, komm mal mit. Das heißt, ich kann zusammenbleiben. Ja. Bist du hinter mir? Gib mir all dein Gold. Okay. Drop es. Ich hab dich aufs Fluch bekommen. Ey, genau in dem Moment, als du Gold gedroppt hast. Oh nein, nein, nein. Ich drücke auf 1. Wo bist du hin? Hä? Herr Easy ist einfach verschwunden. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Alter, sind das viele. Ich helfe dir, Easy. Ich helfe dir. Ich versuch's zumindest. Die sind zu schnell. Peter. Nein. Hinter mir sind auch noch welche. Oh oh, oh oh, oh oh. Nein, hier ist ne Sackgasse. Was? Tridan ist hier grad gestorben. Was? Wie ist hier denn? Warte, ich bin wieder mein Leber. Den nutze ich direkt für ihn. Wollen wir Tridan zurück? Ich denk mal, der wär kein Wolf. Ich hoffe. Aber ich nehm trotzdem seinen Loot. Alter, das macht 9 Angriffsschaden. Das sieht krass aus. Was ist das? Immunisierer. Damit wär ich immun. Okay. Irgendeine Waffe. Wir schießen. Puh, die ist krass. Warte, jetzt haben wir super viele Rubine. Ich mach direkt den hier. Tops-Fluch. Zack. Zweimal kaufen ist mir egal, ob das kommt mit der Oasis. Oh, Sie wurde auch wiederbelebt. Warte, hier waren grad welche. Ist hier ein Geheimgang oder so? Hier sind mehrere Leute grad reingegangen. Und dann, da, ich hör auch. Ryan. Moin. Wie bist du von gestorben? Ich hab dich... Äh. Hast du mich gelootet zufällig? Äh. Ja, hab ich. Warte, wie komm ich denn hier rein überhaupt? Ey, ich bin blind. Wo ist der Knopf? Was? Ach, da. Aggressiver Probier. Oh nein, Park. Yo. Ryan, hast du meine Sachen? Vielleicht genug zufällig? Hier, hier, hier. Warte, ich dropp dir was. Ich hab das. Deine Rubine hab ich leider ausgegeben. Davon nehm ich einen. Ja. Hast du meinen L4 noch? Äh. Jo, hier. Ehre, Ehre. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Bist du verbrannt oder was ist passiert? Keine Ahnung. Ja, scheinbar schon. Ich wurde gepäht oder war ich low. Keine Ahnung. Okay. Ich hab dich nur gesehen und auf einmal warst du weg. Mann, ich will sehen, wie jemand den Topsfluch kriegt. Aber ich mach den jetzt einfach. Ich mach den. Und... Oh, schwarz, man hat hängt da. Da geh ich hin. Warte, wo ist denn das nochmal? Da sind viele bestimmt dann. Dann kann ich da den anderen Topsfluch zünden. Das müsste da hinten eigentlich irgendwo sein. Ah, hier ist der. Der was kommt. Oh mein Gott. Nein, was ist das denn? Das war's save du Tops, oder? Oder ist das ein Wolfs-Item? Was war das? Ist alles viel zu teuer hier. Nein, Ryan! Ich war... Let's be trained, let's be trained, let's be trained. Was? Event starter. Hast du was bekommen? Hä? Hallo? Ich hab nichts bekommen. Du? Oh. Warte, warte, warte. Okay, okay, okay. Warte, ich hab eins. Ich kann mir ein Schwert kaufen. Was ist das für eine Halskette? Ach, wenn ich Leute angreifen kann, die vielleicht mit einem Blitz getroffen werden. Diese Klinge tötet jeden Wolf mit einem Schlag. Flo, ich bin mir hundert Prozent sicher, ich weiß wer es ist. Ja, dann probier auch. Aber wenn es ein Schaf ist, was ich schlage, sterbe ich selber. Oh nein. Dann mach auch Sandy. Soll ich jemanden schlagen? Soll ich das machen? Dann sterbe ich. Ich glaube, ich weiß, wer der Wolf ist. Denn mein Hirnzin hat mir gerade gesagt, wer der Wolf ist. Will der Wolf? Oh nein, Leute! Ich weiß wer es ist! Es ist Lukas! Es ist echt, oder? Er ist abgehauen, er ist abgehauen. Bleibt hier, bleibt hier, bleibt hier. Alle Lukas. Okay, wo ist er? Junge, Tobi, kannst du mal aus meinem Gesicht rausgehen, bitte? Hat er sich weggeportet oder hat er die zwei Seiten... Oh, pass auf! Hold up, hold up, hold up! Okay, der ist down. Ihr müsst aufpassen. Leute, 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 Leute! Ey, sorry. Leute, das war mein Bad. Ich wusste nicht, dass ich das so oft benutzen kann. Als du gesagt hättest, dass alle hierbleiben sollten, ist Kieran weggegangen. Ah ne, hä? Wie kommst du denn jetzt so weit weg? Nein, es ist so weit weg! Es kann neutrale Rollen geben! Es kann neutrale Rollen geben! Warte mal, jetzt sind wir alle Wölfe! Was? Ey, komm, wo? Wir sind alle Wölf! Wir sind alle Wölf! Wir können uns endlich gegenseitig töten, wenn wir alle Wölf! Wow, 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 ganz ruhig, ganz ruhig! Ich bin fast tot. Ich weiß nicht, ich seh ihn nicht! Was ist, wenn man gar keinen Roller hat? Zeig dich gleich weg! Eine Minute noch! Okay, war alles sichtbar gemacht! Erst hinten! Okay, let's go! Hier links, oder? Wo ist Lukas? Wo ist Lukas? Ist ja hier! Oh nein, nein, nein! Oh mein Gott, du bist nicht zu sollen! Der haut ab, aber! Ich seh ihn auch nicht! Ach, da hinten! Drauf, drauf, drauf! Lukas, ich hol mir die, Junge! Go, go, go! Er ist hier oben! Der ist hoch, der ist hoch! Der ist hoch, der ist hoch! Er ist hoch! Wo ist er! Wo ist er! Jaw crying! Echt am code! Zu einem הסporn, gell? Das ist für uns. Na ja, das war's in der heutigen Folge. Leute, gerne liken und abonnieren. Schaut doch bei den anderen vorbei. Links in der Beschreibung. Und auf Wiedersehen.